Oh, kein Mitleid! Schneid dich raus! Schmeckt geil! Herzlich willkommen zurück zu Hauber Guckt! Ich hab mein Spielschirm angespuckt. Das hat sich gereinigt. Bis zum... Wie soll ich denn so weit gespuckt haben? Ich war das! Wir sind in Level 5.5 Ach, oh nein. 80! 80! Du kannst aber nicht runterfallen. Ja, in etwa. Wahrscheinlich müssen wir es selber spülen. Das ist das Gute am Weltraum. Oh Gott, wir müssen die Dinger rumfahren. Oh, es gibt Suppen. Wie soll ich dir den Schritt geben? Du musst die Knöpfe drücken. Du musst es da reintun. Okay, Moment. Du musst jetzt die drei Tomaten reintun. Ich kann überhaupt nichts tun. Mit dem Knopf. Und dann muss ich... Was dreht sich denn dann? Ah, okay. Das fährt dann zu mir. Und dann kann ich mir hier die Tomaten drücken. Okay, dann drübe ich jetzt auch drei Pilze. Du kriegst jetzt Stress hier. Du musst mir das dann zurückschicken, wenn das geschnippelt hast. Ja, scheiße. Das heißt, das Geschnippelte tust du rechts wieder rein und schickst das zurück. Wie dumm. Oh Gott. Kein Wunder, dass es hier 80 ist. Und die Teller kann ich auch gleich mitschicken. Ja. Zumindest einen Teller. Ja, 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 ja. Damit du das schon mal kochen kannst. An die Zwiebeln brauchen wir. Ich kann schon mal Zwiebeln auf den Boden legen hier. So. Du lässt ja die nicht fallen. Ah. Oh, ich habe Arbeit. Arbeit, Arbeit. Gott. Ich meine, die Level sind cool, aber... Das letzte Level war nicht cool. Das war nicht cool. Das war ein Arschpups. Wer spült denn? Eine Spülung? Äh, keiner. Ich habe eine. Scheiße, ich habe doch Arbeit. Wir haben mehr Arbeit. Oh, nee. Warte, warte, warte. Tomaten brauchst du auch. Schick mir die Zwiebeln schon mal, damit du den anderen Scheiß kochen kannst. Du hast eh nicht so viele Töpfe. Moment, aber du musst doch schnibbeln. Das kostet auch Zeit. Schick das doch schon mal. Ach, Gott. Ach, scheiße. Ach, die muss ich ja spülen. Hä? Ich muss selber spülen? Dann brauchst du ja gar keine Teller. Ja, ich muss dir die halt nur alle rüberschicken. Ja, aber ich spüle die doch. Also, von daher. Ja. Dann halte ich die eh. Ja, aber beim ersten Mal muss ich die halt rüberschicken. Das stimmt. Letztruf. Äh, Tomate hast du schon? Zwiebeln nochmal. Oh Gott, da kommt man so durcheinander. Oh Gott, ich dachte, ich hätte gerade den Müll... Wieso geht das hier nicht? Es geht nicht, wenn das Ding in der Spüle steht? Oh. Oh. Ja, das geht nicht. Äh. Du hast ein Stress. Das stimmt. Oh, den Teller nehme ich mal mit. Oh, meine Seite ist irgendwie entspannter als deine, habe ich das Gefühl. Toll. Weil ich nur schnippeln. Ich nur schnippeln? Ich nur schnippeln. Brauen überhaupt keine Pilze. Ich... Ja, den habe ich aus der Seen geworfen. Siehst du, die Tomaten hättest du mir direkt mit den Zwiebeln rüber schicken können. Ich wollte dir nicht an, dass du so lange wieder brauchst. Lange? Äh, 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 was brauchst du denn? Ich habe... Zwiebeln. Tomaten und Zwiebeln. Ich sehe die Zwiebeln nicht, weil du die Tomaten über die Icons gelegt hast. Gott. Was für Icons? Die Tomaten-Icon geht über meine Symbole. Da siehst du. Ach so. Die Pilze waren Tomaten. Brauchst du neue Zutaten? Ja. Äh. Äh, äh, äh. Ich bin verwirrt gerade. Die Zwiebeln sind fertig. So. Äh, äh, äh. Ach so. Jetzt muss ich die rüber schicken. Oh mein Gott. Ist das... Wie du das Gemüse auf den Boden geworfen hast. Ja, Mann. Okay, ne. Äh, gut, dass das schwebt im Weltall. Drei Sekunden-Regel. Wollen wir länger als drei Sekunden. Du schickst mir so viel Stuff rüber? Ich hab schon voll den Überblick verloren hier. Ja, ich auch. Zwiebeln wären das dringendste. Ja, die sind geschnitten. Ich muss nur deine scheiß Zwiebeln alle wieder rüberholen. Äh, äh. Du hast auf jeden Fall sehr viele Zwiebeln. Pilze brauchst du. Ich hab schon zwei Pilze. Äh, Tomaten. Zwei hast du schon? Ach so, okay. Oh nein, das wird nichts mehr mit den Zwiebeln. Boah, Suppe ist das anstrengendste. Ja, ich hasse Suppe. Gib mir die scheiß... Tomate. Komm, 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 komm. Ich muss mich gerade kurz auf die Zwiebeln konzentrieren. Ah, das geht nicht! Topf weg! Topf weg! Topf weg! Pack doch den Topf weg! Oh, Gott. Was tust du? Äh, du brauchst... Ich brauch Tomaten. Ja, die sind liegen hier. Oh fuck. Oh fuck. Teller weg! Okay, ich hab keinen Platz hier. Die liegen hier und sind frei. Ich schicke jetzt beide rüber. Der rechte ist einfach nur zum Ablagern. Schmeiß rein! Die nächsten werden die Tomaten, die werden schlecht. Shit. Dann schicke ich dir jetzt die Zwiebeln auch gleich mit. Ja, ich schicke die mit. Oh, die Musik. Oh Gott, die verlaupt. Ach, 80 Punkte haben wir. Ja, komm. Gut. Da, 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 da. Okay. Ähm. Ich hoffe, ich mach jetzt keine Zwiebel-Tomaten-Suppe. Weißt du, die Suppen... Weißt du, was noch krasser wär? Hä? Wenn sie so zwei Zwiebeln eine Tomate machen würden und so. Oh Gott. Das wär so übel. Pup-di-doo. Nee, die Zwiebel-Suppe wird nix mehr. Oder doch? Schmeiß den Topf doch weg! Ach, er schmeißt den Topf nicht auf den Boden. Du musst mit dem Teller zum Topf gehen. Das geht schneller. Wir haben's geschafft. Weil dann musst du den Topf nicht wieder abstellen. Oh. Äh. Okay. Oh Gott sei Dank mehr Weltraum. Weltraum ist so viel besser als Lava. Sagst du jetzt? Ja. 65. Alter, wie schwer wird denn das? Ist das wieder Suppe? Hoffentlich nicht. Ich mag Suppe nicht. Ah, es ist Suppe. Äh, du musst mir Sachen irgendwie geben. Ähm. Ich muss Knöpfe drücken. Ah, du musst es rechts aufs Laufband. Ich muss es schneiden. Ich muss es dir wieder zurückschicken. Pilze, Pilze, Pilze. Ja. Das ist dann das andere Laufband. Das andere ist links. Ganz links. Da muss ich gleich alles hin tun. Da musst du auf den Knopf gehen. Jetzt warte mit den Pilzen. Ja, ja. Ich hab eh nur zwei Typen. Ich kam auch gar nicht zu den... Ach doch. Jetzt geh. Geh. Du musst rüber. Du musst mit den Knopf drücken. Achso. Entschuldigung. Ich bin so verwirrt. Entschuldigung. Entschuldigung. So, warte. Jetzt geh ich erstmal die Pilze holen. Alter, ist das Timing Sache. Jetzt geh ich wieder schnell auf den Knopf. Jetzt kann ich den dritten nicht geben. Ja, ich weiß. Oh, ist das stressig. Achso. Ich muss wieder rüber. Nimm schon mal. Warte. Jetzt. Oh. Oh. Knopf. Und die Pilzsuppe ist fertig. Die musst du mir gleich auch geben. Wie mehr ist die Tomate? Ja, ich weiß. Und ich bin nochmal den Knopf für die letzte Tomate. Wow. Oh nein. Spülen muss ich auch. Die Suppe ist fertig. Ich weiß. So, du musst den Knopf... Muss raus erstmal. Du musst die Knöpfe für mich auch drücken. Ja, ja, ich weiß. Hier kommt einmal eine Pilzsuppe. Die Tomatensuppe. Schnell, geh rüber. Okay. Oh Mann, ist das anstrengend. Holy fuck, ey. Du musst mir geben Pilze. Warte doch. Du musst erst mal abgeben. Egal, es kann warm. Es blinkt ja noch nicht. Ja, ich gebe dir jetzt erst mal kurz die Pilze. So, das ist erledigt. Geh. Okay, mit Gott, aber geh. So. Du musst spülen. Hier, nimm erst mal. Der Timing, ey. Ich weiß gar nicht, ey. Das ist alles zu viel. Hier, drei Sachen, beheil dich. Oh Gott. Kann dir grad gar nichts bringen, irgendwie. Nee, deswegen sind da so wenig Punkte. Hauptsache, die Suppe ist fertig und so. Okay, äh. Teller, 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 Teller. Ne, 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 ne. Ja, ich weiß, ich hab's verkackt. Tut mir leid. Äh. So, äh, Zwiebeln. Shit, da muss ich immer rüber. Süppchen stellen wir erst mal hin. Alter, musst du rüber? Ja. Wie kack ist das denn? Schmeiß hier rüber. Okay. Wie viele Punkte brauchten wir? Bring ich schon mal ein, zwei Tomaten. Alter, die Gehtwege sind ja voll weit, ey. Ey, die gehten so. Die sind voll im Weg. So, lass mich erst mal die Suppe wegbringen. Ja. Ja, geh, auf den Knopf. Ja, ich musste erst warten, bis du aufmachst. Warte, Zwiebeln. Ich hab die Zwiebeln. Damit du auch mal was tust. Ja. Wir brauchen nämlich noch... Wie viele Punkte brauchten wir? 80. Wir müssen noch eine Verdi machen. Oh Gott. Nein. Wir fokussen... Du musst mir kurz den Weg geben. Wir fokussen jetzt auf die Zwiebelsuppe. Teller hast du. Okay. Dann brauche ich dir jetzt auch keinen rübergeben. Fokus die Zwiebelsuppe. Fokus sie. Oh nein, das wird nichts. Oh nein, das wird nichts. Das wird nichts. Die Laufbänder sind zu langsam. Ja, wir haben zu lange gebraucht. Wir hatten zu viele Leerphasen. Ja, aber... Ähm. Du hättest auf den Knopf gemusst. Oh. Ich dachte, du hättest auf den Knopf gemusst. Hä? 70? Brauchten wir 50 Punkte? Gerade so. Hm. Irgendwie. Ah ja, okay. Guck mal, ein Häuschen. Whatever, Häuschen. Zwiebel, kann man abfüllen, wie sie sofort A drücken. Ja, ich mein, was gibt's dazu zu sagen? Guck mal, Pinguin. Ajo, Zwiebel, Mann. Ihr habt es geschafft. Wunderbare Arbeit. Die Bestie regt sich und ihr seid bereit für die letzten Prüfungen. Oh Gott. In jedem Reich gibt es nun eine letzte Herausforderung, die bewältigt werden muss. Oh nein. Übertrefft diese Küchen und ihr werdet bereit sein, euch der Bestie zu stellen. Viel Glück, meine kleinen Freunde. Ist das am Ende so ein Boss? Das wäre voll cool. Guck mal, es gibt hier eine Maus. Es gibt einen Pinguin und einen Hund. Hier kam immer alles, kam so nach und nach hier dazu. Da bockst der mich erstmal. Oh nein, das sind in den alten Welten. Jetzt gibt es hier so Bosslevel. Ein Schifflevel, das heißt. Es bewegt sich. Ist das hier die letzte Welt da oben? Ich weiß nicht. 65. Oh Gott. Oh nein. Es bewegt sich, ja. 160 Punkte. Das heißt, es kann nicht so schwer sein. Es ist schon wieder Suppe. Ich krieg's kotzen. Geht so. Den musst du schnacken. Was ist denn hier mit den Kugeln? Was soll das denn? Meine Kugeln wirklich. Achso, die Töpfe hier so. Hier. Oh nein. Und wie ist das hier? Oh Gott. Ich lasse hier mal einen Topf auf deiner Seite. Muss jetzt irgendwie raus, außen rum oder so rum. Äh. Und einen Teller brauchen wir gleich. Ja. Kannst du mal da hinstellen. Was brauchen wir denn zwiebeln? Ja, warte, stell meinen Kopf auf deine Seite. Damit jeder eine Suppe kocht. Oh. Jetzt kann ich einmal schneiden. Zwiebeln brauchen wir. Soll ich zwiebeln jetzt bei mir oder bei... Ich mach die zwiebeln. Mach du eine Tomate oder... Also, äh, ja. Ich kann gerade nichts machen. Achso, wir brauchen nochmal zwiebeln. Ja, warte, ich schneide mal vorbei. Hier. Zwiebeln. Oh nein. Da bei dir fehlen wir noch eine Zwiebel, ne? Ich werde überrumpelt. Du bist überwusst. Ich weiß. Oh Gott. Ich wurde überrumpelt. Ich fühle mich so nutzlos. Was ich tun soll. Hier eine Zwiebelsuppe. Und eine Zwiebel für deine Suppe. Ähm. Ja, jetzt kommt zu dir das Geschnibbel. Ja, Tomaten. Ganz viele Tomaten. Kannst du auf die Kisten legen, ne? Die Tomaten. Ja, ich brauch'n... Ich brauch'n Teller. Darum ist so einer. An den komm' ich ran. Aber an den einen komm' ich nicht ran. Der ist da an der Ecke. Ich brauch' Tomaten. Fuck. Da. Ich häng' hier so fest. Tomate. Musst du ständig die Suppe runterstellen. Ja, schön. Dann nimm. Brennt doch an, Mann. Wird alles zu mir? Oh, Mann. Die haben Rad, ey. Jetzt dreht sich alles sinnig. Da, super. Da. Oh. Ach. Geht das? Ja. Ich war kurz erschüttert. Ich auch. Scheiße. Machen wir jetzt Tomaten nochmal? Ja. Oh. Oh, Mann. Was brauchen noch die Pilze? Pilze. Jetzt dreht sich das wieder. Da kommt einer angeschnitten. Oh, nein. Jetzt hab' ich den Pilzleit in die... Das Verderben geschnitten. Nutzlos. Ja, irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie wir das optimieren können gerade. Na ja, man könnte die Töpfe rumschieben, damit man zwei Töpfe hat, aber... Aber was bringt das denn? Du musst einmal rumlaufen. Sonst bist du unoptimiert. Shit. Ich muss die Suppe... Nehme. Ich bin so witzig. Nein! Darf ich... Das abgeben. Damn it. Hier, du darfst die Suppe machen. I'm unworthy. Nein! Das kann so mitlaufen. Das ist scheiße. Äh, die Zwiebesuche ist fast damned. Aber das schaffen wir noch. Hier, die Pilze. Wieso kann man die Pilze nicht auf den Teller legen? Hier, die Zwiebesuche schärbt. Aber wir haben voll viele Punkte. Ah ja, wir haben schon über 160, ja. Äh, ich mach die Pilzsuche. Ich hab doch schon einen Pilz hier drin. Ach, scheiße! Warte, hier kriegst du noch einen. Aber dahinter muss noch eine. Hä, ich hab jetzt noch... Oh, der Pilz wird nicht fertig. Oh mein Gott. Ich hab noch eine abgegeben. Oh, das war... Das war wirsch. Oh, wei. Ich muss mal da hinfahren. Ganz schön lange Roadtour hier. Guck wie schön die Map ist. Ja, ich bin fast ganz ausgefüllt. Äh, was machst du? Ich hab B gedrückt. Du hast A gedrückt. Nein, hab ich nicht. Fahr. Fahr, mein Kind, fahr. Was passiert hier? Äh, Laufbänder? Oh, bitte lass da nicht wieder Mäuse sein. Ah, nö. 260? So viel... Nee, kann das nicht so schwer sein. Laufband. Pilzsuppe hab ich hier. Äh, wie geb ich dir die? So. Aber ich kann auch welche schneiden. Nee, mach du erst mal die Pilzsuppe. Ich geb dir den Shit. Du machst die Pilzsuppe. So, dann schneid ich vielleicht schon mal Zwiebeln. Weil Zwiebeln haben wir auf beiden Seiten. Ja, Zwiebeln war der richtige Predictor. Das ist irgendwie merkwürdig gerade. Ich... Ich... Fühlst du dich noch nicht wohl? Nee, ich fühle mich ein bisschen unwohl gerade. Nach meiner Küche. Ich hab zwei Teller. Hast du auch zwei Teller? Ach, wir haben beide abgehoben. Ja, ist doch geil. Dann machst du Tomaten, ich mach Pilze. Und Zwiebeln machen wir zwischendurch. Wir haben alles, äh... Können wir alles selber machen. Muss einer spülen? Ja, ich muss spülen. Nee, wir können beide spülen. Das ist ja voll ledig. Wir können alles, beide. Wir können alles selber machen. Dann mach ich jetzt noch eine Zwiebel, weil ich hab Zeit. Du machst Tomate. Ist ja voll angenehm. Das ist... Das sitzt aber gerade sehr... Weird. Komm, Mäuse? Nee. Nee. So Mäuse werde ich jetzt hier erwarten. Ach, ich... Ich erwarte hier die ganze Zeit... Jetzt hab ich nämlich Stress. Jetzt muss ich nämlich auch noch Pilze machen. Und spülen. Und spülen. Noch Zwiebeln? Oder brauchst du schon Zwiebeln? Äh, ich mach Zwiebeln. Nee, Pilze mach ich. Dann mach ich Zwiebeln. Dann mach ich Zwiebeln. Genau. Ich muss nämlich jetzt ganz viele Pilze machen. Ich wünsche, man könnte die Brett hier noch so selbst hinlegen irgendwo. Jetzt sind wir alle so konzentriert wieder. Ja. So. Fokus-Mode. Noch mal Pilze. Kann halt jeder seine eigene Arbeit machen gerade. Ja, das ist so. Ich verstehe das Laufband gar nicht. Vielleicht damit es schneller geht. Damit wir nicht so weite Laufwege haben. Aber ich hab das Gefühl, das würde alles so verkomplizieren. Ja. Oh nein. Zwei Tomatensuppen. Das wird jetzt ein Problem. Ach, guck mal. Ich weiß nicht. Ich mach hier schon seit Stunden Pilzsuppe. Und die beschwert sich über zwei Tomatensuppen. Du kannst mir welche rübergeben. Wenn dir das zu stressig wird. Fast schon. Na, gib mir eine. Gib mir drei rüber. Das wird zu krass. Warte mal da. Muss die Suppe retten. Eine noch. Dafür ist es halt, wenn da nur die 50 Tomatensuppen kommen. So. So. Du bist im Fokus. Fokus mal. 260 ist das höchste, was wir hier machen mussten, glaube ich. Ja. Und wie schaffen wir das? Oh, fuck. Zwiebeln. Die mach ich. Du machst die Pilze. Du hast die Pilze. Sie schon einmal beschwert hat, dass er einen Haar in der Suppe hat. Ich mein. Das ist eine Kitty Cat. Oh nein. Ich hab ein bisschen Verzug. Nicht gut. Nicht gut. Kalte Suppe schmeckt nicht. Das Spülen zwischendurch ist ein bisschen ätzend. Ja, das ist ein bisschen. Das bringt mich aus dem Takt. Ich bin sehr im Verzug. So. Zwiebelsuppe. Auch ganz 270. Also wir sind voll drin. We did it red it. Ich glaube, ich die Tomatensuppe noch schaffe, aber ich glaube nicht. Die Pilze beschaffe ich noch. Easy. 318. Ich spül nochmal. So. Nein! Wow. Fuck. Das war ein schönes Level. Das war so getrennt. Muss man sich auf niemand anderen verlassen. Ich musste mich nicht auf Lou verlassen. Oh nein. Kein Eis. Ich will kein Eis. Warum ist es blau? Weil weiße Schrift nicht lesbar wäre. Aber... Oh nein. Nein! 100 Punkte. Ich konnte es schaffen. Das ist ein Nemesis. Der Eisscheun. Eisscheun und Lava. Ja. Tomatensuppe, ich geh rüber. Oh. Oh, du geh langsam rüber. Da oben kann man schneiden. Okay, sehr gut. Okay. Okay. Wo kocht man? Drüben, natürlich. Ich schubst. Ich hab nicht geschubst. Du warst im Weg. Ich hab nicht geschubst. Ich mach die Pilze. Du warst im Weg mit Tomaten. Ganz langsam. Nein! Oh Gott. Das war nicht so... Oh nein. Nein! Shit, 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 shit! Ich hab das noch nicht gesehen. Fuck, es wird brennen. Es wird nicht brennen. Ich hol es. Es wird brennen. Ich hab's gerettet. Okay. Ach, weiter Knopf. Hallo. Nein. Oh nein. Oh, man verliert ja voll Zeit, wenn man die so warten muss. Darf nicht in das Loch fallen. Ach, nein. Ach, ach. Ich muss den Teller holen. Oh Gott. Ich leg die Pilze erst mal hin. Nein! Die Tomaten-Suppe-Brennern. Oh nein. Moment. Ich rette sie. Das Loch! Du schaffst es. Oh mein Gott. Okay, ich nehm's einfach mit. Das Level wird schlimm. Wir haben null Punkte. Nein, das Loch! Warum ist da ein Loch? Okay, ich hab eine... Eine Suppe abgegeben. Gut. Ich hab nicht einen Pilz geschnitten bisher. Doch, einen hast du geschnitten. Ja, einen. Das Loch... Nein, ich komm nicht mehr weg. Nee, für du. Was machst du da hinten? Nein! Genau das sollte ich ja vermeiden. Deswegen bin ich hier rum. Man braucht voll Zeit. Warum ist das so schwer? Hier muss man richtig langsam ackern. Machst du einen Pilz? Ja. Leg dann alle drei bitte in den Topf. Ich bringe Zwiebeln mit. Und du musst den Topf da nochmal irgendwann rüber tragen. Ach, du fähr. Mach ich jetzt gleich. Oh, dass die Abgabe auch drüben ist. Oh, nein. Ich wollte dich jetzt nicht schubsen. Oh Gott. Du hast Zeit. Auch wenn es zittert. Du hast Zeit. Geh ganz langsam rüber. Was ist die Spüle da? Tomatensuppe. Schaffen wir nicht. Zwiebel. Oh fuck. Die eine Zwiebel. Die brennt jetzt. Ich schaff's nicht. Die brennt. Haben wir einen Feuerwischer? Ja, da. Shit. Oh mein Gott. Das wird nichts. Oh nein. 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 Bis sie neu startet. Das hat doch keinen Zweck. Wie viele brauchen wir eigentlich? Kürze 3. 100 brauchen wir. 100. Okay. Wir machen zusammen immer eine Suppe. Sonst geht das nicht. Ja. Okay. Jetzt funktioniert das einfach nicht. Oh nein. Die selbe Scholle. Jetzt gesehen, wie ich hier um die Ecke gespeakte. Wie wir rumgesneakt. Zeitsparnis. Ich schaff's. Oh. Ich brauch das gar nicht. Nein. Tomaten brauchen wir jetzt. Muss rüber. Warte. Ich passe jetzt auf die Suppe auf. Okay. Und jetzt vorsichtig mit der Suppe. Okay. Ah genau. Pack die Tomaten schon mal da rein. Tomaten hier rein. Ja. Aber wenn dann der ganze Topf verloren geht, dann macht es ein Problem. Dann aber. Bitte sei vorsichtig. Ich krieg's nicht rein. Zwiebeln. Ich muss vorsichtig mit mir. Oh nein. Oh das ist ein Langer. Da kann man sich dann so rumsneaken. Oh die Suppe. Warte ich hole sie. Oh nein. Ich hab die Suppe vergessen. Ich sitze auf die Hände stehen und hab gedacht, ach was Suppe. Oh nein. So. Jetzt können die Zwiebeln hier rein, wenn du fertig bist. Ja. Ich spüle dann schon mal. So. Und geh bitte nicht flöten. Das sagst du so. Zwiebeln brauchen wir nochmal. Ich trau mich nicht wegzugehen. Ich auch nicht. Nein. Ganz vorsichtig mit Topf. Du hast zwei heiße Zonen mit dem Topf. Das ist wieder liegen. So. Jetzt haben wir so ein bisschen den Rhythmus raus für das Level. Oh. Jetzt hab ich den. Ich hab den leeren Top abgegeben aus Versehen. Nice. Das gab uns Minuspunkte. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. So. Eine Zwiebeln noch. Ja. Ich hol dann schon mal Pilze. Oh nein. Ähm. Äh. Oh Gott. Du hast die Whisky-Scholle genommen. Die Whisky-Biscuits-Scholle. Oh Gott. Wir haben noch niemals 100. Wir müssen eigentlich nur noch zwei Suppen abgeben. Wir müssen noch 130. Okay. Vorsichtig. So langsam hab ich raus, welche Schollen ich nehmen muss. Äh. Brauchtel. Ja. Stimmt. Ich wollte dir den ganzen Topf abgeben. Topf? Machst du? Topf ist hinten. Machst du Tomate dann? Okay. Eine Suppe noch. Okay, wenn ich jetzt den Topf verkacke, ne? Das tut mir leid. Nicht den Topf verkacken, bitte. Ich nehm echt nur die Safe-Scholle hier, die viereckige. Oh Gott, schaffen wir das noch. Ich weiß nicht. Komm, schneller! Das Schollentiming muss auch mit uns sein. Okay, Lu. Kenn du es. Moment der Entscheidung. Lieb. Nein. Nein! Nein, du musst du es doch in den Teller! Oh Gott. Tomaten so beschafft man die mehr, aber macht trotzdem, gibt Punkte. Ich treffe die Topf nicht! Was? Oh boy. Oh boy, oh boy. Nur keine Minuspunkte. Ne, die gibt es Minuspunkte. Hoffentlich nicht zu viele. Oh, 100 genau. Ich will zu beschaffen, Mann. Ich will zu beschaffen, Mann. Nein! Ist egal, mach einfach eine Tomatensuppe fertig, wenn du es schaffst. Da, das Teller hier. Was will ich denn? Oh mein Gott, wir haben Punkte mal. Das heißt, wir sind safe. Wir sind safe! Oh, es war so knapp. Ich war halt zu ängstlich. Ja, man muss da auch. Oh, Weltall. Oh, Weltall. Berge. Pupst die Berge an. Immer wenn ich B drücke... Ja, du kannst nicht pupsen. Das ist Kontrolle 1 recht. Ich will pupsen. 200 Punkte. Oh Gott. Ich will damit umgehen. Voll das Labyrinth. Nö, das drehen sich wahrscheinlich alle vier. Das heißt, wenn du da was reinlegst, musst du zweimal drücken, damit es da ist oder so. Ja, geil. Aber was ist, wenn ich da drin bin? Ja, keine Ahnung. Vielleicht sind wir gar nicht da drin. Wir müssen das irgendwie koordinieren. Ja, siehst du? Oh, wir sind in der Mitte. Was gibt's denn? Burger! Ich sehe nichts. Was ist das hier unten? Das sind Pilze. Brauchen wir nicht. Warum sind die hier, wenn es Burger sind? Ah, da oben ist das Fleisch. Warte mal. Wir müssen das drehen. Ich bin so verwehrt. Und Salat ist oben. Jetzt habe ich mir Salat geholt. Du musst jetzt Fleisch und Bannen. So. Oh Gott. Hier ist ein fertiger Burger. Jetzt musst du nur das Fleisch braten. Es gibt wahrscheinlich auch Pilzsuppe. Nimm mal schon mal... Ich muss schon mal die Teller holen. Nimm mal ein Bun raus und ein Fleisch für den Notfall. Und... Wir müssen jetzt... Ach, Suppe und Burger! Jetzt hast du die Zwiebeln weggeschickt. Naja, weil ich wollte einen Teller für den Burger. Okay. Aber wir brauchen auch nur Salat. Oh, fuck. Okay. Ich gebe mal nur Salat ab. Was? Nur Salat? Oh, shit. Voll geil, ne? Hier, Teller. So. Kommen wir... Ja. Ich brauche jetzt Suppe. Zwiebeln, ja. Und Tomaten. Ich mache die Zwiebeln. Danach kommt ein Tomat... Ach, guck mal, das ist ein richtiger Salat. So, Tomatensalat. Rüms. Jetzt müssen wir eine Tomate mehr mit rübernehmen. Tomate-Brand an. Tut sie nicht. Ich brauche einen Teller. Moment, ich muss noch eine Tomate holen. Okay, war eigentlich. Okay, drück. Piep. Shit. Teller. Lass mich weg. Oh Gott, das mit Töpfen war dumm. Nein. Was tut denn? Aua, gib mal beides. Ich gebe ab. Äh, Tomate und einen Salat brauchen wir. Oh, das ist ja voll umständlich. Wo ist die Spüle? Da. Äh, ich drück mal. Salat ist hier drüben. Wir müssen nicht drücken. Pilz zu bebrauchen. Salat haben wir... Achso. Oh ja, mach. Ja, 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 ja. Oh, Entschuldigung. Ich darf nicht schneiden. Okay, schmeiß doch weg den Scheiß. Okay. Nein! Was tut der? Gott, das ist so eng. Ein Pilz noch. Okay. Brauchen wir noch was? Äh. Fleisch brauchen wir jetzt ganz viel. Salat brauchen wir. Zweimal. Wie sollen wir das denn alles lagern hier? Der Teller ist unten hier. Wo ist die? Ich, wieso? Du hast die Pfanne in der Hand. Geh weg. Oh! Ich hab's nicht gesehen. Fleischbraten. Äh. Äh. Ich bin so verwirrt. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir gerade sind im Takt. Überall und nirgends. Pack mal. Kannst du mir mal sagen, wo wir sind vielleicht? Keine Ahnung. Ich mach einfach. Ich drück jetzt mal Knopf. Wir brauchen anderen Shit. Ich tue jetzt einfach so, als würden wir den Burger. weiter machen. Ja, weil du sagst mir ja nicht, was du gerade tust. Ich tue gerade alles. Irgendwie. Ist das ein Teller drauf? Ja, ne? Ja. Dann. Wir brauchen Buns. Links den Buns. Und Fleisch. Wir brauchen auf jeden Fall Fleisch. Wir brauchen helle Tomate. Wir haben keinen Platz hier. Ich schmeiß die Tomaten wieder weg. Der Burger ist fertig. Gib der ab. Ja, das kann ich nicht, wenn der falsch gedreht ist. Schmeiß die. Ich muss spülen. Fuck. Wir brauchen nicht mehr viele Punkte. Wir müssen irgendwas fertig machen jetzt. Salat? Tomatensalat? Ne, nur Salat können wir machen. Oh, ein Teller. Da ist ein Teller. Du kannst dich von der Spüle nehmen. So. Noch einen brauchen wir. Burger. Burger nur mit Fleisch. Hier. Warte, ne? Mach den Tomaten-Burger. Tomaten- und Salat-Burger. Warte. Den schaffen wir nicht. Der gibt mehr Punkte. Okay. Aber wir verlieren jetzt Punkte, weil wir das Ende hier nicht haben. Ist egal, wir haben genug. Salat. Wollen wir vielleicht noch schnell machen. Ich bin drückt. Ja. Tomate braucht. Du hättest Burger nur mit Fleisch machen müssen. Aber egal. Oh, das war zu viel für mich. Das war zu viel für meinen Kopf. Bin ich hinterher gekommen. Und ich wusste überhaupt nicht, was da vor sich ging. Und du hast keine Hilfe. Da ist die Kammer. Schön für die Kammer. Kommt jetzt der Endboss. Wahrscheinlich. Das ging jetzt doch recht schnell. Hallo. Willkommen zurück, Tapfer-Freunde. Ich glaube, dass ihr endlich bereit seid. Ich habe bewiesen, dass ihr einen beeindruckt fühlt seid. Nun ist diese Zeit aber endlich gekommen. Die Beste ist auferstanden. Und jetzt müsst ihr euer größten Herausforderung stellen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Dass du die Welt retten mich. Soll ich sie. Ja, weil ich dachte, du drückst. Ne, du vorhin gedrückt hast. Das letzte Level. Jetzt machen wir den nächsten Pfad. Oh wei. Die Schmacht... Was? Das Schmachten. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.